und herzlich willkommen zu einer weiteren folge live in the woods auf der suche immer noch auf der suche nach also auf der suche nach hier oliven die wir auf jeden fall nicht finden was schade ist denn es ist ein bienenstock wouah oh ja la püde Schönen wir mal. Schönen wir mal. Schönen wir mal. Oh. Okay. Da oben ist noch ein Bienenstock, aber den... Hey! Da sind vor allem Bäume. Da will ich hin. Da! Ah! Dich habe ich jetzt auch gesiegt. Wofür zu tun? Wofür zu tun? Wofür zu tun? Eh? Äh! Wofür zu tun? Wofür zu tun? Dann wollen wir mal weiter. Gucken mal. Na herzwerg. Was soll? Das ist ja gar kein Zwerg Da war's? Ich hab nix zu sein Kaching Bei dem kleinen Ballchen hier habe ich irgendwie ein gutes Gefühl Ich weiß nicht warum Gut auch nicht Hm Nicht rennen Ahem Ahem Hey! Ah! Ich laufe hier einfach nur durch. Hier gibt es ja eh keine Oliven. Hier gibt's noch eine Sphärische Musik. Ich hier habe eine Sphärische Mäste über den Körper für die Ecke. Wir brauchen hier scheibe. Eine Sphärische Mäste, die wir feiern. Hey, fuchs! Hä? Ganz. Weiß ich. Awww. Oh, na. Oliven. 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 Getrieben von Oliven. 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 Oh, Oliven! Nein! Gewürzbaum. Hier ist irgendwo ein Troll unterwegs. Wow! Wow! Was? Das normaler sind gut. Das sind normaler Bäume. Es sieht nach normalen Bäumen aus. Oh! 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 Untertitelung. BR 2018 Mäuschen. Piep, piep. Schön hier. 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 Schön. Man kann eines der Bäume endlich mal Früchte tragen. Bienenstock. Ich hab gesagt Früchte und keine Bienen. Geber. 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 Moa. Ola. Ola. Ach, sind wir hier nicht... Oh, das sieht auch geil aus. Platsch! Alter! Was haben wir denn hier gefunden? Alter! Und dann am besten hier so ein Haus. Mit dieser Aus... Mit diesem Ausblick. Die Seerussen allerdings sehen ein bisschen komisch aus, deswegen würde ich die am liebsten rausreißen. Fuck. So, Haus am Gebirge. Boah. 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 Sag mal... Himmelseichen. Hier gibt's Himmelseichen. Hier gibt's Himmelseichen. Ich glaub, ich weiß, wo wir sind. Oh nein, das ist so ein Wald. Äh. Da finden wir doch nix. Oh. Da ist der Mammutwald. Der eine. Hier war ich auf jeden Fall. Ja, da oben war ich drauf. Das weiß ich noch. Oder war ich da oben drauf? Boah. 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 Oh. Boah, sieht das geil aus. Musik passt jetzt nicht ganz so gut. Moment. Das passt. Die schwebenden Inseln. Der Skeletto. Hallo Himmelseife. Noch was zu sagen. Musik. Irgendwie bleibt immer einer übrig. Oh, star Lübeli. Da, 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 da. Haben wir dafür überhaupt eine Setzlinge? Ja, haben wir. Ja, haben wir noch nicht. Hallo! Da, da, da. Da, da. Das wird keine Olive sein. Ja, ne. Du mal los. Wunderschön hier. Red root forest. Wunderschön hier. Hallo. Ah. Wow. What the fuck. Welche Taste war das? Ne, die war das nicht. Wir freuen uns einfach. Hohohoho. Boah. Boah. Darauf lass mal einen Schluck Kohlen ab. Schönen. Schönen. Boah. Boah. Ich will überall Häuser haben. Boah. 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 Kann ich die einfach so mitnehmen? Nö. Aber es ist keine Lust, mein Dings rauszukommen. Es ist nicht so schön, es ist nicht so schön. Es ist ein Wunderbar. waschen ja ja sie muss sich merken und waschen nein ich will mal jetzt in die Richtung gehen da ist auch glaube ich ein normaler Wald und Gibt's hier ein Po? Ach, hier... Ah, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Das war ziemlich am Anfang, das Let's Plays. Da sind wir hier entlang gestratzt. Hier so entlang. Und sind dann... hierher gekommen. Hier haben wir schon. Wow. Ja, ja. Brauchen wir eigentlich gar nicht runter zu gehen. Trotzdem immer wieder schön hier anzusehen. Schicke Laterne vom Bibliotal Aircraft. Ja, 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 ja. Hallo! Ach ja, Erinnerung. Zu teuer. Ach ja. Ab in die Richtung. Juppie. Juppie. Warte. Eigentlich müsste ich ja in diese Richtung. Genau. Oh. Dann kommen wir auch gleich nach Hause. Das war blöd. Wir werden noch bis zu Hause die Folge noch machen. Dann mache ich dann auch Schluss für heute. Ja. 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 Warte. Das war's für heute. Da waren wir auch, ne? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das war sogar nachts. Ich bin dran, Kartoffeln zu essen. Hm. Bald können wir, oder ziemlich bald, können wir richtige Rezepte machen. Also richtige Gerichte machen. Das sind aber keine Dings. Das sind Mooseberry. Okay. Avocados. Hm. Gooseberry. Tschüss Kühe. Was ist das denn für ein Multi-Culti-Bau? Oh. Oh, Kastanen. Alter, was ist das denn für ein Kranker Bau? Sterne. Oh. Ach, die Kastanen habe ich. Tschüss, Kuh. Tschüss. Wir hängen sie uns bald wieder, aber nicht so schnell. Wann das nochmal? Der Spruch. Oh, die hat sich gefangen. Nice. Und die Kulti-Bau? War das nicht sogar hier? Oder da hinten war das, glaube ich, genau. Da hinten haben wir, glaube ich, unseren Kampf mit den Dämonen. Nein, mit den, äh, mit den Golem gehabt. Der harte Kampf, bis er dann irgendwann auch wieder weggeploppt ist. Weil wir zu weit weg waren. Keiner nicht. Huhu. 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 Salz. Salz in der Suppe. Huhu. 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 Wir finden hier alles, aber keine Olivos. Zur absoluten Not, ne? Also, wenn ich wirklich lange Zeit keine finde. Gibt es hier noch, ähm, die Möglichkeit? Der Tiefengonus. Ah, da seht ihr die kaputten Bäume? Da war der Golem. Er hat alles vernichtet. Er hat alles vernichtet, was in die innere Welt kam. So, so komme ich immer in diese Stimme. Weil ich bin deutsch, deswegen ist mir das so. Nein, bitte nicht ernst nehmen. Ich... Ja... Ich bin müde. Der Gänser stehende Fuchs wieder. Da. Wieder Birne, ne? Hier. Keine Pia um vier. Ich nehm die trotzdem, ne? Ja. Dann habe ich ja nie gesehen. Sum, sum. Musik Willkommen im Birnenwald Musik 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 Ich werde gerade müde Unfassbar Musik Hallo Maulwürfe Musik Musik Oliven. Ich will nicht miesen. Ich würde mal ein bisschen in diese Richtung gehen, aber nur ein bisschen. 38 Minuten. Schön hier. Oh, ich finde die Farbe irgendwie ein bisschen zu krass. Deswegen lieber nicht hier ruhen wollen. Ja. Ja. Ein Rennen. Mann, wie groß ist der Wald? Ah. Ja. 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 Das ist übrigens ein langes Lied von Starborn, deswegen mache ich mal einen weiter. So schön die Musik von Starborn ist, aber nur Starborn die ganze Folge lang zu hören. Hallo. Oh. Da hängt was in der Luft. Was ist denn dieser Duft? Was ist es, was hier mufft? Das ist doch diese Kluft. Von den Typen aus der Luft. Na, was? Was ist das? Ach. Mann. Alter. Hat der sie nicht mehr an, da? Hallo, Birne. Acht Birnen. Mann. Ist doch Mobbing. Hey, Robots. Hä? Ach, Weidbeeren. Mäh, komm doch mal schlafen. Mäh. Mäh, komm doch mal schlafen. Mäh. Ah. Ah. Birnen. Mäh. Birnen. Mäh. Ist doch echt Mobbing. Mäh. 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 Piu. Mäh. 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 Ach ja, hier ist die Messer, der Messerberg. Ich werde mal kurz da hinten hingehen. Weil ich habe das Gefühl, dass Oliven im Jongelbiom nur geht. Aber das, liebe Freunde, werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Ich gehe erst an mich plänen. Ich kann nicht mehr. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.